Wir haben noch einen Haufen Bombenrohre und für was entscheidet er sich? Das ist kein Bombenrohre, aber das können wir auch nehmen. Ja, wir können auch. Oh, das sind die Big Shots. Die sind auch gut. Einmal in gelb, einmal in grün, einmal in rot. Wir haben hier jetzt den gelben. Ja, die machst du einzeln. Jetzt gelb. Echt super. Fertig abgeschossen. Abgeworfen. So, dann haben wir den grünen Big Shot. Explode. Heavy. Echt heavy. Ja, und dann den roten. Das werden wahrscheinlich rot Blinker sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, was für ein Effekt da rauskommt. Rot-Grün Blinker. Jawoll. Leute, wir machen jetzt noch eine Bloody Mary. Okay, so... So, das wäre gut, dass wir jetzt früh, dann wochen die Schmerz. So, das wäre gut. So, das wäre gut, was wir machen uns vor. So, wenn ich einfach, dann würde ich da das, was mir machen. So unser Vide. So, ich wenn es das war, was mir gedacht. So, wie wir jetzt ja noch mal wieder. So, wenn ich, dann vielleicht das und dann noch ein bisschen höher, an das kann, was ich und das Problem. So. So, das war, wie wir schauen. So, so ist es zu, das, was wir, wie wir schauen. panda defender bombenrohre, ihr kennt ja, ist auch einfach querbeet, scheißegal, machen wir alles weg, das sind jetzt nicht die besten bombenrohre, aber die sind für drei euro eigentlich, glaube ich, kriegt man die so, sind die ganz okay, wir machen die ganze packung jetzt einfach mal leer, wenn du drei schaffst, kannst du auch drei machen Ehrenmann Machen wir die, schaffst du bestimmt nochmal drei, oder? Ich hoff's. Ich auch. Schön, kann man, kann man sich geben. So, Drachenfeuergold, halt mal in die Kamera bitte, das Ding nochmal, doch nicht die Rückseite, jawohl, von Röder, das geht's, ein schöner, wirklich schöner Vulkan, danke nochmal an Röder, die haben mir den nämlich geschenkt und euch zu ehren werde ich den nicht zünden, also mein Kumpel hier. Oh, jetzt, das gibt's noch. Schönes, schönes Gold, also echt. Top Vulkan, kann man sagen, was man will. So, dann, du musst den Standfuß noch rausholen, der liegt da unten. Genau, ähm, drei Schlag blau. Ich glaube, du warst letztes Jahr dabei, wo wir die Silber gezündet haben, ne? Blau soll auch heftig sein. Polizei oder was? So, drei Schlag blau von Röder, beziehungsweise GAU. Ich bin gespannt, los geht's. Oh, ich hab vergessen, dir was zu sagen, wir müssen die Kappe oben drüber wegmachen. Äh, ja, läuft's, Digga. So, mach mal bitte diese Bombenrohre da, ja. Panda Festival, hatte ich vor zwei Jahren das letzte Mal, die sind aber auch so saftig, ohne Witz, wenn die sich nicht verschlechtert haben, ich lieb diese Teile. Ich mag Panda generell, die machen echt ein schönes Feuerwerk, aber da kommt man einfach zu schlecht ran. Jo, genau. Schön. Ja, wohl. Nummer zwei. Boah, das ist Goldfeld bis zum Boden. Das ist immer noch in der Luft, heftig. Krass. So, und Nummer drei. Das ist einer meiner Lieblingsbombenrohre. Die haben wirklich schöne Effekte, lange Standzeiten. Ja, Feuertopf beim Abschuss, also was will man mehr. Geil. Mehr kann ich nicht sagen. So, was will ich? Feuertopf, aber der braucht auch einen Standfuß. Der muss ja auch irgendwo... Pandafeuertopf-Golf, hatte ich auch noch nie. Und auch auf den bin ich gespannt. Ja. Äh. Gönnung. Oh, schön. Kurz, knapp, Feuertopf halt. Röder. Röder, 30 Millimeter Bombenrohre. Oh ja, die hatten wir vorhin schon mal, die sind saftig. Nummer eins, die sind nummeriert, eins bis vier. Wir nehmen die eins als erstes, logischerweise. Weil wir halten uns ja an die Regeln. Naja, wobei es gibt keine Regeln, dass man bei der vier oder eins anfängt. Ach, scheißegal, Trash-Talk. Zünd einfach an. Jetzt labere ich eigentlich, Geister. Krieg ich gar nicht auf Kamera, viel zu krass. Mhh, schmeckt. Nummer zwei. Oh, das war ein Polenweller. Das da hinten. Nummer zwei. Nummer drei. Nummer vier. Nummer vier. Nummer vier.